Hallo, hast du schon mal Wörter in Silben getrennt? Hast du das vielleicht mit Klatschen versucht? Silbentrennen macht man meist aus dem Bauch heraus. Man hat das irgendwie im Gefühl, wie es richtig klingt. Aber bei manchen Wörtern fällt es einem dann doch schwieriger als bei anderen. So geht es zumindest unserem Max, der nicht wusste, wie er zum Beispiel Regierungschefin trennen sollte. Du merkst, Silbentrennung ist doch nicht so einfach. Da müssen Regeln her. Daher werde ich, Nina, dir mithilfe dieses Videos die Grundregeln der Silbentrennung erklären. Denn die Silbentrennung ist wichtig, um zu wissen, an welcher Stelle ich Wörter beim Schreiben getrennt schreiben kann. Zuerst möchte ich klären, was eine Silbe ist. Nach der Definition möchte ich die Grundregeln von Silbentrennung erläutern. Und anschließend möchte ich auf ein paar Sonderregelungen zu sprechen kommen. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com Und dann cursehend. So Navidad Deine